Oh, ein Schatz. 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 Was ist das? Was ist das? So, Plätze, weiter geht's. Ich werde dich auspeitschen. Hm, glaub ich wohl. Ja, weniger. Nicht so schnell, Plätze. Ja, ich kann ja noch an die Dinger rangehen hier. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sark-Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Na, ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nautling. Zum Turm. Jawohl. Wollen wir kurz eine kurze Runde hier durchs Lager drehen. Exzellenz. Ich weiß, dass in euren Speichern nicht mehr viel gebringt. Aber Soldaten sind auch nur Menschen. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate warten? Ich dachte eigentlich, hat das Auto-Load so ein... Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir vom Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren... Ich meine, die Temeria haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Sehr aufmerksam von dir. Geralt von Riva, Exxon. Ah, wat gern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Yennefer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann. Was kümmert dich der Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon zehn umgebracht. Auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein. Nein. Zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die themerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt. Fünf junge Männer. Zwei Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greif den Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Ich brauche mehr Informationen über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nichts sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislaw. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald. Sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuz... Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Hm. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein. Ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tomira, der Kreuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird ihr weiterhelfen. Tomira und Mislaw. Danke. Ja. Es so und jagten. Gut. Na, stehen wir doch mal zu eng an der Tür, dass sie nicht aufgeht. So. Weiter geht's. Plötzi Plötzmann. Los geht's. Heiho, Silber. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange das Schwert Upgrade und das andere funktionieren. Ausweg. Ja, ich schieb da gleich mein Schwert in den Arsch. Hey, hilf einem anderen Reisenden. Was ist passiert? Monster. Monster aus dem Sumpf. Man hat mir gesagt, dass die Straße voller Gefahren ist, aber ich wollte nicht hören. Das habe ich nur davon. Weniger Gejammer, mehr Informationen, was ist passiert und wie kann ich helfen. Aber ich arbeite nicht umsonst. Hexerkodex und so. Also, ich war unterwegs zu den Schwarzen, um zu handeln. Plötzlich ging mein Pferd durch und galoppierte vom Weg ab. Wir haben einen Baumstumpf getroffen. Ich flog runter und Pferd und Wagen rasten weiter. Dann hörte ich Geblubber, Gewirr, Geschlürfe. Etwas kam aus dem Morast und verschlang den Gaul mit Huf und Haar. Meine Waren sind bestimmt noch im Wagen. Aber ich fürchte mich zu sehr, um nachzusehen. Könntest du vielleicht? Mir ist vor allem eine kleine Schachtel wichtig. Bring sie mir. Ich flehe dich an. Gut, ich gehe. Wenn ich diese Schachtel habe, gebe ich dir Bescheid. Ja dann. Und? Hast du meinen Wagen schon gefunden? Flieder und Stachelbeard? Nein. Kostbare Fracht, genau. Plätze? Ich glaube, das brauchen wir ja nicht. Wagen spuren. Sie führen in den Sumpf. Wagen spuren. Da ist der Wagen. Der Wagen ist mit Pfeilen gespielt. Interessant. Ich sollte mich umsehen. Ein Pfeil. Den hat er nicht erwähnt. Direkt ins Genick. Guter Schuss. Entweder hat der Kaufmann ein miserables Gedächtnis oder er lügt. Das muss die Schachtel sein, die er erwähnt hat. Mit Blut gespritzt. Menschenblut. Das muss die Schachtel sein. 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 Echt jetzt? Echt? Ja. Ja. Ahem. Scheiße! Zielt auf seine Haufe! Halt den Messner zum Temp! Du bist gut! Du bist gut! Hier überall tote Tiere oder? Amort! Verdammt! Hier haben wir schon ein paar absurde, aber uns fehlen noch... Links! Was soll man denn? Oh! Wer damit? Geisteröl? Fett uns noch Beerenfett! Okay! Können wir einen Tränker schon herstellen? Eine Schwalbe! Kann man machen! Zack! Weg! Katze? Wasseressenz! Okay! mh mh! Wenn du da hinten hintenanverest, kannst du das hier herstellen? Ja! WELCOME! 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 Also, es klappt Zeit! will man noch kurz vorher was testen da war noch mal ein ertrunkener ok also das mit dem auto öl funktioniert auch die mod ja und dass der mir automatisch immer dings drauf packt das öl was ich halt brauche für die tiere oder für monster oder für menschen und sowas ist gar nicht mal so schlecht und hast du die schachtel ja ich habe deine kostbare schachtel gefunden und dazu jemanden der verdächtig nach einem kutscher aussieht mit einem pfeil im hals in diesem sumpf gibt es keine droaden und ertrunkene und wasserweiber verschießen keine pfeile da es keine weiteren verdächtigen gibt schätze ich also vorsicht hinter dir hinter mir ist nichts ich bin ein hexer ich hätte es gehört wie ich dein herz höre das klopft wie das eines lübners du solltest hoffen dass du besser reitest als du lügst los lauf Ich muss ihn hier wegbringen. Wach auf. Vor der Wahrheit kannst du nicht davonlaufen. Nicht mal davonreiten. Also, wer bist du? Und warum hast du den Wagen angegriffen? Obergefreiter Hans Germer. 6. Temerische Division, 2. Regiment. Entlassen. Aber noch aktiv. Im Untergrund. In den Wäldern. Das war ein Medikamententransport. Ich will verdammt sein, wenn er die Schwarzen erreicht. Das Medikament. Unsere Jungs können das auch gebrauchen. Wir haben viele Kranke. Jetzt lass mich gehen. Dann überleben sie vielleicht und können für einen freien Norden kämpfen. Bitte, geh. Du und deine Kameraden, die sich in den Büschen verstecken. Hoffentlich seid ihr gegen Nilfgaard siegreich. Du hast einen üblen Humor, aber du bist anständig. Hier, das versprochene Gold. Verwende es klug. Trink auf die silbernen Lilien und auf Volltests andenken. Verwende es klug. Trink auf.